gut worum geht wie ihr wünscht ich bin ordnung erst mal noch alles einsacken was geht und ich glaube wir rasten mal ernsthaft ist das das einzelne es geht was von ihm weg geöffnet die ganze zeit verfolgt hat ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern so dann werden wir mal im schatten dieser bäume hier unser nager aufschlagen also acht stunden gerastet hat gereicht um die game wieder voll zu machen ihm ohne so ein bisschen angeschlagen aber der gelbe bereich ist noch in ordnung kivan seite gegrüßt in diesem teil der erde trifft man nicht häufig auf fremde es wird euch hierher so weit weg von der zivilisation das geht euch nichts an fremder sind abenteuer und bereit jegliches übel das uns hier quer kommt aus dem weg zu räumen welch merkwürdige zufall mein trachten ist dem euren sehr ähnlich ich bin schon die ganze zeit ganzen letzten monate über auf der jagd nach den räubern in dieser region um das bessere ins gelegens wenn wenn es sollten wir uns vielleicht zusammentun was meint ihr dazu wir werden euch gegen diese räuber beistehen aber nur wenn wir uns davon müssen schon monatelang verfolgt ihr anführer ein umgangs tat sogar ein mensch getötet der mir sehr nahe stand ich würde diese aufrichtigkeit die können uns euch uns anschließen ich hoffe wir werden gut zusammenarbeiten nein ich brauchen wir nicht in der gruppe ja es ist nur der zeit getrennt zu wege zu gehen vielleicht sind wir uns irgendwann wieder ja kivan und tazok kivan ist hinter einem oger namens tazok er hat erzählt dass tazok jemanden getötet hat der ihm sehr nahe steht ja gut die quest werden wir nicht abschließen können weil wir kiva nicht in der gruppe haben und weil wir tazok eigentlich gar nicht töten können da ist der knollweteran ok ein paar schleuderkunnen müssen auf dem verkaufen ich werde mich im handum drehen darum kümmern ok sie ist jetzt so sehr überladen ja da ist hört uns schwert so und damit haben wir alles aufgedeckt bis auf die hohe hecke selber ja woher hecke das ding ist wirklich eine festung eigentlich wie ihr wünscht mit fremden auf meinem land habe ich nicht viel geduld und uns beiden eingefallen und zieht weiter es sei denn ihr hättet magische gegenstelle zu verkaufen aber so wie aussieht könnt ihr euch meine waren bestimmt nicht leisten warum wohne ich bloß in so einem kaff ich hoffe nur dass ihr einen grund dafür habt mich zu stören habe ich nicht gesagt dass ihr gehen sollt gerüchte erzählen von einem mächtigen magier der hier draußen lebt wenn ihr das seid würde ich gerne mit euch sprechen gerüchte paar es gibt hier keinen magier der es wünscht zu sprechen oder über den zu sprechen ist es sei denn die besitz magie die ihr verkaufen wollt ich wäre daran interessiert magische gegenstelle zu kaufen oder sogar zu also zu verkaufen oder sogar zu kaufen was habt ihr anzubieten kugeln plus 1 auf jeden fall heiltränke heilungs elixiere abwehrtränke tränketasche ist immer willkommene tränketasche jede menge zauber starb der vollstaat des schlafes erz magier robe ich kann nicht mal roben tragen ach so ja weil das die robe des guten erz magiers ist und neutral kann nicht verwendet werden von neutral böse auch nicht vom baden ich kann das bade glaube ich gar nichts tragen gut worum ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern wir sollten wenigstens die golems friedlich sein sind sie auch gott sei dank ja wie ihr wünscht ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern süden sind wir am schnellsten aus der karte raus und ja ich habe vergessen zu gucken was in den anderen gebieten links und oben ist aber ich glaube oben wäre eh nichts gewesen wie ihr wünscht wo war nochmal der schlecht gelaunte äh typ war der im windigen schwindler oder hier im brennenden zauberer gehen wir erstmal den brennenden zauberer gucken ich glaube der war im brennenden zauberer nee halt da war der typ der uns beklaut hat man war der im windigen schwindler und da wollen wir eh noch eine rast einlegen bevor wir uns auf dem weg zurück nach nashkel machen jetzt aber erstmal alles was wir ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern hier ist keine ja im moment geh gucken was wir hier so haben wie spät ist es denn ach 21 stunde schon haben wir irgend nein wir können hier nichts knacken wie ihr wünscht ihr braucht nur zu fragen okay dann nach unten in den windigen schwindler dann rasten wir dort nochmal am besten wieder für 5 goldstücke ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern ne hier ist gurke meine laune ist uns recht genug auch ohne euch gurke hatte was anderes das ist ja umhang der wurde von taslo im mantelwald geklaut okay einmal als edelmann schlafen so das hat die meisten wunden jetzt geheilt es ist aber immer noch zu spät also schlafen wir noch mal 8 stunden noch einmal bitte so dankeschön jetzt sollte tag sein ja ihr braucht nur zu fragen wie ihr wünscht so hi für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen was ihr wollt dann verkaufen wir mal das achso alle bitte schleuderkugeln schleuderkugeln das können wir verkaufen und noch ein paar und wir nochmal Das ist ein Quest-Gegenstand. Klopp, 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 Schleuderkugeln. Das Zeug da rein. So, jetzt ist es bei allen ziemlich aufgeräumt. Wir haben dafür keinen Tagebuch-Eintrag, oder? Nö. Okay. Ja, hier ist Perl. Hm, ich hab mir schon gedacht, dass er das mittlerweile gefressen hat. Ich hoffe nur, dass ihr ihn euch ordentlich... Ich hoffe nur, ihr habt ihn euch ordentlich vorgeknöpft. Nehmt jetzt eure 50 Goldmünzen und macht, dass ihr wegkommt. Ja. Warum geht ihr mir noch immer auf die Nerven? Ja, kurz, weil keine Belohnung hätte das aufwiegen können. Perl hat sein Schwert und ich habe seinen Dank und seine Belohnung auch, wenn es von keinem besonders großzügig... Wenn keines von beidem besonders großzügig ausgefallen ist. Ja, ich möchte immer noch meinen Ruf verbessern. Ich muss meinen Ruf mindestens auf 10 kriegen, wenn ich den Org-Paladin in meine Gruppe aufnehmen will. Auch wenn er mich zuerst für einen Diener hielt. So, das heißt, wir gehen jetzt erst mal nach Süden. Dass wir als nächstes die beiden Gebiete abklappern und dann in Naschkel wieder ankommen. Weil hier haben wir einfach nur die Straße einmal nach Süden abgeklappert. So, aber bevor wir hier weitergehen, ist es mal wieder Zeit zu speichern. Das wäre jetzt Let's Play 004. Let's Play 004. Speichern. Und dann gibt es an dieser Stelle erst mal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Okay. Bis zum nächsten Mal.